Was geht ab Freunde, die epischen Woche 3 Aufträge sind online und in diesem Video schauen wir uns den Auftrag an, tanzen neben einem lodernden Lagerfeuer, ich kenne das Wort nicht, habe das nie gehört, aber trotzdem seht ihr hier alle Locations von diesen Lagerfeuern, neben denen ihr tanzen müsst, ihr könnt alle, also ihr braucht nur eins, aber ihr habt halt so viele Möglichkeiten, die ihr gerade seht, so ich gehe zum Beispiel zu diesem Lagerfeuer und dann müsst ihr einmal das Lagerfeuer öffnen, bzw. anzünden und danach ein E-Mode ausführen und dann ist der Auftrag vorbei, hier ist der Ehremann, der killt mich jetzt gleich, weiß ich schon, aber ja, danke für das Einschalten, ich hoffe, ich kann das helfen, wenn ja, zeigt es gerne mit einem Like, viel Spaß jetzt mit diesen Herausforderungen oder mit Woche 3, bis zum nächsten Mal und ciao.